Moin 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 Oh dein kräftiges Moin hinterher Ihr habt mir das nochmal hier ein Spiel Emt... ne... Anten... 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 Oder wenn man das mal ausspricht Ich hab mir geholt Das ist von E.I.I. Ich fand das geil früher haben die immer E.I.Cinic Games immer vor dem Spiel gesagt Und von BioWare Ich glaub die gerne nachzudehnen Es braucht 50 GB Hat bis zu Full HD Mir auch nicht Und das werden wir mal auspacken Ich liebe es das Spiel auszupacken Ich könnte stundenlang Spiele auspacken Zum Spielen sind eine Premiere interne Verbindung und welches ist ein Plus erforderlich? Naja Hab ich beides Toll Zwei Seiten Ja Wo man fast eine draus machen könnte Weil da so viel Weiß drauf ist Naja Naja Wir kommen im A Zwei Seiten Zwei Seiten Zwei Seiten Welten voller Abenteuer Konflikte Konflikte Und Kammerab Kammerabschafft zu erschaffen Die dich dazu inspirieren Der Held Eine eigene Geschichte zu werden Dies ist eine Einladung Diese neue Welt zu erkunden Ihre Bewohner Kennenzulernen Sie mit Freunden zu Genießen Und viele eigene Geschichten zu schreiben Ant Nem Das Ergebnis vieler Jahre harte Arbeit Handwerkskunst und Liebe Wir sind ebenso aufgeregt wie dankbar es dir endlich präsentieren zu können Wir freuen uns dass du hier bist und uns auf unserer Reise begleiten wirst Wir hoffen dass du hier viele wundervolle Abenteuer finden wirst und dieses das das wir alle gemeinsam viele Jahre zusammen spielen werden wie die die vier länder die vier länder sagen allein stark gemeinsam stärker das amtenteam ok 2019 das spiel irgendwann steht hier 2019 drauf wann es rauskommt 2022 wird sein ja keine ahnung das so ein zettel wo alles so ein zettel das spiel eigentlich auch nicht viel also das bild ist auch so anders aber es gibt selten ein spiel wo die das ein richtig geiles ab bild drauf so ein ab so ein richtig geiles mega bild sowas brauchen wir im spiel wieder so ein richtig mega wo du sagst wo du es angust hast rar das ist richtig geil das will ich haben das ist so man früher hat man nach dem bildern geguckt da waren die bilder auf der auf der verpackung besser als das spiel ja hm so sehe ich das aus und wir müssen eben alles zu klein schreiben ja autodeus textdeus handbuch im spiel und online verfügbar ok es gibt ein handbuch das ist online verfügbar leute ja wenn ihr schon die dis drucken ja könnt ihr nicht ein kleines handbuch dabei nehmen ich weiß man könnte sagen braucht man nicht umwelt zuliebe keine braucht man kein Papier drucken bedrucken man braucht Tinte man braucht Papier das ist auch der umweltste von dem das verstehe ich schon aber ich als alter Spieler hm naja pro 50 gigabyte hm naja das war es mal wieder mit diesem schönen Spiel und das heißt nur noch haut rein bleibt mir gewogen eure liebe Ehren Uhr huh 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 na 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 End haut rein an